Sie suchen einen Legasthenie-Trainer? Diplomierte Legasthenie-Trainer sind gefragt. Sie stehen international und lokal zur Verfügung. Sie helfen gerne vor Ort oder über die Ferne. Ein Top-Experte auf legasthenietrainer.com ist mit wenigen Klicks am Smallphone oder Computer zu finden. Nun wurde diese Website zur Bewerbung von Legasthenie-Trainern und Legasthenie-Trainerinnen nochmals verbessert und überarbeitet. Suchen Sie einen Staat aus. Suchen Sie sich ein Bundesland aus. In Tirol bietet zum Beispiel Frau Magdalena Lammanger Kindern Legasthenie-Training und Dyskalkuliertraining in Deutsch und Englisch an. Sie hat auch eine eigene persönliche Homepage mit weiterer Information. Einen diplomierten Legasthenie-Trainer in ihrer Nähe zu finden war noch nie so einfach.